So Leute, heute spielen wir nämlich Among Us mit einer speziellen Rolle. Wir sind jetzt natürlich erstmal Impostor erste Runde, das passt natürlich auch ganz gut. Aber es gibt in dieser Runde einen Käpt'n Leute und dieser Käpt'n hat wirklich eine ganz, ganz ekelige Funktion. Also ich glaube, wenn wir jetzt noch einige Runden spielen, werden wir wahrscheinlich auch irgendwann Käpt'n sein. Aber jetzt müssen wir erstmal hier als Impostor rasieren. Und zwar der kann aus der Karte rauszoomen und kann von überall auf der Karte Emergency Call machen. Und ich sag euch Leute, diese Käpt'n Rolle ist wirklich schon sehr, sehr geisteskrank. Ich werde jetzt erstmal hier so ein bisschen faken. Enrico ist auch am Start. Das ist sehr gut, dass Enrico mein Impostor-Mate ist. Ich werde jetzt erstmal hier Licht ausmachen. Und dann gucken wir, wer reinkommt. Enrico, ja, guck mal, er ist schlau. Er macht's sehr, sehr gut. Er wartet mit hier und er könnte mal direkt eigentlich hier den Double-Kill machen. Und wenn jetzt hier einer kommen sollte, ja, da kommen schon zwei Leute und das war's. Auf Wiedersehen. Enrico kill ihn, kill ihn, kill ihn, Enrico! Stark! Enrico hat ihn gekillt, raus. Und dann werde ich jetzt hier weiter meine Aufgaben... War das definitiv, Leute. Den müssen wir scheinbar kurz als Alibi holen. Na, ich weiß nicht. Enrico kill ihn nicht, kill ihn nicht, kill ihn nicht, Enrico kill ihn nicht. Stark, Enrico! Ganz kurz. Wer ist, wer kann vorsichtbar, wer ist gerade Amir vorbeigelaufen? D-King? D-King war unten Müll wegbringen? Mit D-King ist einfach Müll, Mann. Wer war eben gerade Shields mit mir? Wer war auf der rechten Seite? Ich war mit dir da, aber ich bin mit dir runtergelaufen, du hast auf mich gewartet. Der war da. Die beiden sind safe, weil zwei Double-Kill, also ein Double-Kill wurde auf der linken Seite gemacht und ein Electric-Kill beim Licht. Ich habe Stannin die ganze Runde nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Lofty habe ich aber auch rechts gesehen, da war eine Donut-Aufgabe, Communication. Also, den ich saven kann in dieser Runde sind Dave Knight und Enrico halbe Runde. Ja, Stannin Enrico sag safe. Also, ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt auch Stannin Enrico gesagt. Er sagt einfach, pass auf, guck mal, er sagt, er save Dave Knight, weil er weiß, dass er nicht made ist und er sagt, lass mich doch kurz erklären, warum. Okay, Enrico, warst du überhaupt einmal rechts gewesen? Einmal rechts? Sei ehrlich. Ich weiß nicht. Nein, guck mal, er weiß nicht. Ganz kurz, meine Theorie mit Stannin und Enrico haben Double-Kill gemacht. Er sagt aber, er kann Dave Knight zu 100% safe, weil er weiß, dass er nicht safe ist. Habe ich es gar nicht gesagt, Bro. Hat gar keiner gesagt, Bro, hä? Hat nicht gesagt, nee. Okay, sag mal, du kannst Dave Knight safen für die Runde und Enrico halb. Enrico halb, weil du ihn safen willst, aber wenn er in deinem Poster ist oder irgendwie aufliegt, sagst du, ja, aber ich kann ihn nur halb safe. Sorry, ich sage ehrlich, Armin, sehr coole, richtig coole Theorien, die du hier aufstellt, aber alleine für die Theorie müsste ich schon voten, sei ich ehrlich, weil ich das scheiße finde. Weil es gibt gar keine Indizien und du sagst... Jungs darf nicht mal reden. Ja. Doch. MBK, wo war die Leiche genau? Weil Stanni und Enrico... Beide vor Electrical. Stanni und Enrico sind mir von Lower Engine, ich war in Upper Engine gewesen, sind wir von unten raufgelaufen angekommen. Ja, also passt das ja auch. Ja, das war so cool. Ist da was für eine scheiße, Bro? Die sind an mir vorbeigelaufen, ja, die waren schon weiter, sind dann wieder umgedreht zu mir und da wurde die Leiche reportiert. Also, Digga, das ist so ein Scheiß, ich komme aus Security, was laberst du, Digga? Hey, ich habe gesagt, für uns, Security ist ja auch unten. Jungs, wie kann es so close sein, wenn es eindeutig ist? Digga, eindeutig, wer hat denn den Kill gesehen, Digga? Ihr baut irgendwelche Leute raus, seid ihr dumm oder was? Also, sorry, Digga. So schlecht, Digga, die roten irgendwelche Leute raus, obwohl die gar keinen Indiz haben oder sonst was. Also, check ich nicht, Leute. Also, das ist für mich wirklich, äh, äh, weiß ich nicht. Das ist doch kacke. Nee, ich werde Philipp nicht rausvoten, Leute. Ja, vote mich auch noch raus, direkt raus. Also, sorry, aber das ist die schlechteste Runde EU-West. Army lässt euch, also Army und MBK GG, aber ihr lässt euch irgendeine Scheiße erzählen. Warte, warte, warte. Guck mal, das Ding ist, warum Enrico für mich plausibel war direkt. Nein, Bro, es hat niemand was gesehen. Das war die erste Runde, klar, es ist ein Double-Kill passiert und hätte, hätte Fahrradkette, aber das ist kein Verdienst oder sonst was. Aber, Bro, es gibt doch ein Ausschlussverfahren, es gibt doch ein Ausschlussverfahren, wenn die, wenn die Hälfte der Leute auf der rechten Seite sind, Digga. Bro, aber 3-3, verstehst du, was ich meine? Ihr wart zu dritt rechts und wir waren zu dritt links. Das geht mir einfach gerade um Prinzip, Bro. Ja, und Dave nicht beschuldigt euch auch noch. Ja, gut, das, okay, ja, ja, okay. Weil Dave nicht aufpassen, was kann ich dafür, Bro. Aber, ja, gut. Das Ding ist, na, Philipp und Love, die sagen gar nichts dazu. Und, sorry, aber, ich habe nichts gesehen. Ja, aber das ist halt das Ding, das ist halt das Ding, die haben nichts gesehen und ihr lasst euch, ich weiß nicht, wer gerade geskippt hat und wer nicht. Ich habe geskippt, ich habe geskippt. Okay, dann ist gut, dann hast du nichts gesagt. Ja, aber Love, die kann ich auch safen, Love, die kann ich auch safen. Okay, dann, Gigi, ich sage, nein, das Ding ist, ich habe gar nichts gesehen in der letzten Runde. Ja, Gigi, okay, wenn ihr geskippt habt, dann ist okay, dann habt ihr euch wenigstens nicht von den Idioten belabern lassen, aber es kotzt mich an. Ich finde schade, dass ihr euch jetzt, dass ihr euch jetzt belabern lasst von Philipp. Also von Stani. Also ich sage jetzt mit Ansage an die Leute, die noch neutral sind, Philipp und Love, die habt mal Amir und MBK bitte laufe, ja? Willst du jetzt noch zwei, willst du jetzt noch zwei? Genau, deswegen sage ich auch, dass Love, die unten in Communications da war, diese Donutaufgabe gemacht hat, deswegen habe ich an Love, die auch ausgeschlossen. Ausschlussverfahren, ich bin schade, dass euch von Philipp gerade belabern lasst, aber ist okay. Ja, ja, Ausschlussverfahren, ja. Gib ihn, Jungs, die seid so los. Rolf Knight, wen hast du gevotet? Dave Knight. Ich habe Stani gevotet. Dave Knight, der Ekelig hat nicht gevotet, ich muss jetzt einen rauskicken. Ich muss jetzt einen rauskicken und ich werde jetzt einen Kill machen. Ich habe eine Idee, was ich mache. Ich werde jetzt hier bei den beiden einen Kill machen und werde, äh, Dings hier. Warte mal, wie werde ich das machen, Leute? Ich überlege gerade, wie ich es machen werde. Äh, Double Kill, ich werde jetzt sagen, dass die einen Double Kill machen wollten. Ich werde jetzt sagen, dass die einen Double Kill machen wollten. So ein Ding wird das sein. So. Warte, 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 Warte. Danke, 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 danke. Ich habe Licht angemacht. Hör mit zu, ich habe Licht angemacht. Auf einmal ist da Philipp neben mir. Eine Leichtschule, wer läuft da lang? Warte, warte. Nein, nein, stopp, ich habe das Sprachrohr. Ich habe das Sprachrohr. Ja, sag du, warum redet denn D-King? Also, Mörder, Army und MBK, ich bin gerade, äh, Dings, Licht anmachen, MBK killt hinterher, wir haben gerade, wollten gerade einen Double Kill machen und fail. Fail, digger, fail, 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 schmutz, digger. Bumm. Also, ich sage, ich sage dir, also. Amir, sag du. Bro, Stani läuft gerade in den Raum rein, Stani läuft gerade in den Raum rein, bam, Kill. Lofti, ich bin, guck mal, äh, ey, also, ich bin, der ist ein Krass, der ist da gar nicht da, digger. Nee, King hat gerade die ganze Zeit nix mit. Lofty, Lofty, komm mal, nein, ich weiß, Bro, du bist es auf gar keinen Fall, ich sag, es ist Stunny, Bro, Ausschussverfahren von der ersten Runde, Dave Knight, du siehst doch noch, wie der mit Enrico läuft, ich war im Security-Aus, du sagst, die kamen, die kamen von Lower Engine aus, sagst du, du hörst doch selber, stimmt ja gar nicht, warte, Dave, lass dich einfach nicht belabern, Leute, Leute, erzählen mir nochmal zu, ja, erste Runde, ich war, äh, Mad Bay gewesen, bin jetzt schon Upper Engine gelaufen, und Enrico und Stunny sind mir von unten entgegengekommen, ob du jetzt aus Security raus sind, oder von Lower Engine kommst, ist ja auch im Prinzip egal, aber die können auch beide gewendet sein, von Electrical nach Security, richtig, zum Beispiel, auf jeden Fall, auf jeden Fall, die sind von unten entgegengekommen nach oben gelaufen, sind alle vorbeigelaufen, okay, ich hab vergesst, dass es drei Impostor gibt, Enrico Impostor, The King Impostor, Stunny Impostor, ja, ich zieht euch, äh, warum The King, äh, ja, Bro, weil The King, äh, weil, äh, weil The King grad auch dich gesehen hat, zwei Leute haben dich grad gesehen, MBK, wie du jemanden gekillt hast, Ich find's schade, dass Philipp jetzt in den Stottern kommt, weil langsam Dave Knight Fakten auf den Tisch legt, Digga, und du plötzlich irgendwelche Namen dazu packst, Ja, hier wird Philipp Worte, Stunny, bitte! Also, wenn Dave Knight mich wollte, dann wirklich, Dave Knight, vote mich bitte, aber dann hab ich den Intelligenzquotienten, ist bei dir komplett over, Digga! Ja, guck mal! Hat der so oder so schon! Ja, guck mal! Danke, 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 und dann war's over gewesen, so! So! Kann jemand Emergency Call machen? Kann jemand Emergency Call machen, weil ihr seht, wie peinlich das ist? Wie peinlich das ist von euch? So, Leute, jetzt war ich der Emergency Call! So! Also wirklich, jetzt votet mich raus, also wirklich, ihr werdet danach lachen, also, er bezieht euch, dass ihr euch einreden lässt, und lässt euch von dem da waren! Ich hab ihn gar keinen einreden lassen! Der King, ich kurze Frage noch an, Der King, hast du grad, wo wir Dings waren, wo Licht wieder anging, hast du gesehen, dass Army an der Tür stand? Du hast nicht geskippt, läuft dir bald vier, Rambicade zwölf standen! Okay, ja gut, dann! Also, mehr sag ich nicht, mehr sag ich nicht! Also, Der King, guck mal, du kannst dich wirklich verdammt haben mit dem Kill sehen, aber merkt euch das einfach! Das war einfach ein verkackter Doppelkill! Dave Knight, sorry, sorry, Dave Knight, du erklärst dir das doch selber! Was, ich? Warte, lass, ganz kurz! Dave, nein, ich verwurte mich sogar selber, no joke, ich verwurte mich wirklich selber! Dave Knight, du hast dir selber erklärt, wie es sein muss, und du bist trotzdem so dumm, dass du dich noch von Stunny belabern lässt! Also wirklich, Dave Knight, GG, Stunny, ich gönne dir die Runde, aber wird jetzt schwierig sein, zwei zu killen, weil danach, wenn einer stirbt, ihr werdet merken, die Runde ist nicht vorbei! Bro, wir haben eh gewonnen! Bisschen Schauspiel, Leute! Ein bisschen Schauspielkünste! So, dann kannst du eigentlich noch Dave Knight sein! Dann kannst du wirklich noch Dave Knight sein! Ich schätze, dann ist Dave Knight von Electrical, warte, stopp, stopp, stopp! Dann ist Dave Knight von Electrical in Mad Bay gedankt, und das Ding ist ja von Upper Engine gekommen! So ein Ding! Du, das ist scheiße, Stunny, sorry! Also, Leute, jeder, je, D-King, ja, also D-King, ja, also D-King, ja, D-King ist doch echt auf der Bananenschale ausgerutscht, sogar aufs Kopf gefallen! Also, D-King, geht zum Arzt! Seid ihr dumm, D-King hat gesehen, wie die ein Double-Kill verkackter Mann! Geht zum Arzt, D-King, geht zum Arzt, ich sag dir ehrlich! Hey, also nicht, sorry! Dave, natürlich, hör aufs! Dave Knight, du wirst es! Leute, ich muss nur einen Kill machen, dann hab ich gewonnen! Und das werde ich jetzt auch machen, Digga, ich glaub, die können nicht mal mehr Dings machen hier! Scheiße, Leute, ich hab verkackt! Ich hab verkackt! Ich hab verkackt! Ich hab verkackt! Nein, nein, nein! Ja! Hä? Scheiße! 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 Das ist Dave Knight! Digga, bist, ja, also D-King, Digga! Bist Dave Knight! D-King, du bist doch auch wirklich! Ey, Digga! Für mich kann nur Dave Knight sein! So schlecht, Digga! Also wirklich! Raus! Einfach raus! Also D-King, Digga! Ja, geh mal mit mir, Digga! Nicht spenden, Digga! Ehe, ehe, ehe! Eheh, 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 eheh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Muss ich shit, Digga! Ehe, Cack, ehrlich Digga! Ey, D-King, du hast doch grad getrollt, oder? Ja, ja, jetzt hab grad getrollt, oder? Na klar, da getrollt, Digga! Aber so, hast du den Wich ja schon sagen können! Aber ich hab direkt raus schaut, Digga! GG! Ich bin der Capitand, Leute! Jetzt geht's richtig ab, Alter! Ich bin gehypt, Freunde! Entendlich haben wir die neue Rolle bekommen! Oh mein Gott, lange hat es gedauert. Ihr seht auch hier die beiden Special-Funktionen, die wir haben. Wir haben einmal Call und einmal Zoom. Das heißt, ich kann von überall bei der Map, Leute, einfach einen Emergency-Call machen. Wie geil ist das denn, bitte? Soll ich mal hier die Zoom-Funktion testen? Ich warte noch kurz. Soll ich die Zoom-Funktion machen oder soll ich jetzt mal callen? Okay, warte mal. Ich zoome mal kurz raus. Boom! Guck mal, wir können alles sehen. Hier, Navigation, zack, zack, zack. 20 Sekunden sehen wir alles. Kommt hier gerade ein Kill? Kommt hier ein Kill rein? Nicht, dass ich einen Kill verpasse. Okay, bisher kein Kill? Wird hier ein Kill passieren? Nein, warte mal. Wir gehen mal hier lang. Ich hätte gedacht, dass hier irgendwas abgeht, aber... Okay, okay. Kann ich jetzt einen Emergency-Call machen? Warte mal, ich teste mal. Nein! Ah, okay. Also wenn diese Ereignisse hier an sind, dann geht nicht Emergency-Call. Das geht dann wahrscheinlich nur, wenn man... Ähm, ein Elektro-Kill. Doppel-Kill! Oha. Oha, nee. Oha, Stace lag in Elektro-Kill. Oben am Wend. Warte mal. Lange, zwei Leichen? Nee, da lag nur. Ja, okay. Dann hat er nur so drauf. Philipp, warum bist du nach Elektro-Kill gegangen? Du warst einfach aus dem Admin, dann kam Alarm und du bist runter. Ich denke... Ja, als Alarm kam, war ich ja schon in den Storage und dann hab das Fass aufgefüllt. Das war alles sehr mysteriös. Also ich sag euch ehrlich, ich werd skippen, ich hab nix gesehen. Also ich bin, ich hab kurz davor Stay-Slow-Engine gesehen, der ist mir vorbeigelaufen und vor mir ist Enrico in Elektro-Kill reingelaufen. Und grad eben warst du beim Lektor-Treat-Edge, oder? Ja, ja. Aber gut, das war schon. Mein Name ist Haselold, ich hab nix gesehen, obwohl ich der Captain bin in dieser Runde. Müssen wir warten. Das ist alles nix. Wir müssen abwarten, nächste Runde. Ich muss den Zoom besser einsetzen. Wir müssen besser gucken. Das muss kurz passiert sein, wo ich nicht im Zoom drin war. Ich muss auch Emergency-Call mehr einsetzen. Ah, wir müssen das jetzt besser kombinieren, glaube ich. Skipp. Ich... Skipp. Skipp, man. So, Leute, wir haben ja jetzt neues Zoom, aber ich will den Zoom noch nicht einsetzen, weil die Imposter haben ja hier einen 30-Sekunden-Cooldown. Da können wir jetzt vielleicht erstmal hier eine kleine... Aber gut, ich könnte auch gucken, wenn einer wendet, ne? Das würde auch gehen. Ich werd noch kurz warten. Ich sag euch ganz ehrlich, ich mach jetzt hier die Aufgabe. Oh, jetzt haben sie das Licht ausgemacht. Ja, ja, gut. Licht aus. Da ist natürlich... Da bringt es alles nichts. 7, 8, 9, 10. So, Leute, jetzt... Bam! Electrical geht's ab. Electrical. Tridan? Okay, hier, hier, hier. Wo geht's ab, Leute? Okay. Nix. Da killt wieder keiner. Und zwar, der Captain hat hier gerade mitten in der Runde einen Emergency-Call zusammengerufen. Um geheimnisvolle Aktivitäten zu melden, die nicht stattgefunden sind. Deswegen dürft ihr alle skippen. Ah, naja. Das war einfach ein bisschen, um die Imposter durcheinander zu bringen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Jetzt fliegt's, Alter. Warum sagst du bist Käpt'n und kannst doch ein Cafeteria einfach angeschaut haben. Na, ich bin ein Käpt'n, Bro. Skip jetzt hier. Sonst käpp' nicht, ich gleich raus, Bro. Käpt'n ist der Anführer. Beweis aber, dass du der Käpt'n bist. Guck mal, er will, dass ich beweise, dass ich der Käpt'n bin. Er weiß wohl nicht, welche Macht ich habe. Leute, jetzt müssen wir gucken hier. Jetzt haben wir 15 Sekunden wieder Cooldown. Das Ding ist aber, die Mörder haben 30 Sekunden Cooldown. Also war das eigentlich ein sehr, sehr guter Play von mir, wenn man es so sehen will. Sollen wir da schön drüben Rotor ausmachen. Ich denke mal, da werden sie schon genug sein. Ich mach gleich, Leute. Drei, zwei, eins. Jetzt Zoom. Hä? Ist grad der gewendet, Leute? Ist der grad gewendet? Was passiert hier? Keine Kills. Da hinten ist Amir. Könnte sein, dass Amir jetzt gekillt wird. Also wenn jetzt da hinten ein paar Kills passiert sind. Oh, nicht, dass ich das verpasst habe. Okay, Amir lebt noch. Dave Knight lebt auch noch. Philipp lebt auch noch. Das ist sehr, sehr interessant. Tridan ist auch noch da. Also hier ist auch alles noch. Alles beim Alten, Leute. Hier sind sehr viele Leute. Ich glaub, gleich wird ein Kill passieren. Ich würd jetzt nochmal Cam groß machen. Okay, da oben läuft Cascade. Oh, ich weiß nicht. Hier passiert gar nichts, Leute. Oh, hier Enrico. Enrico könnte es sein. Enrico schlägt zu? Nein, Enrico schlägt nicht zu. Aber U2 geht wieder an. Und wir wissen, Freunde, wenn U2 läuft, dann ist auch immer Böses im Busch. Ganz, ganz böse Geschichten. Enrico da wieder, okay. Zoom out. Zoom out, zoom out, zoom out. Admin 2, Leute. Passiert jetzt ein Kill? Cascade und Philipp ist da. Kein Kill. Da drüben. Ah, okay. Hä, was machen die Mörder? Ich check's nicht. Geht hier was ab? Hä? Die Mörder machen gar nichts. So ein Ding ist das. Die spielen hier auf aggressiv-defensiv. Dave hat mir entgegengekommen. Hier ist wieder nichts los. Jemand in den Camps. Und rauszoomen. Aha, aha, aha. Die sind alle. Guckt euch das an. Hier. Was passiert hier, Leute? Wer ist da? Amir und X zu dem X. Oder wer war das gewesen? Da muss ich kurz das Ganze untersuchen gehen. Wer war da gewesen? Tridan war das. Okay. Sehr interessant, Tridan. Zoom out. Da ist eine Leiche. Zwei Leichen. Nein, 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 nein. Nein, zwei Leichen, Digga. Was, was, was? Ey, ich glaub, es ist hier. Rot. Wer ist rot? Wartet mal, Leute. Philipp ist es nicht? Es ist Dave Knight. Und Enrico Italia. Ich bin mir sicher. So, Dave Knight. Einmal Statement. Dass du gewandet bist. Jetzt kommt die Nummer wieder. Bro, ich hab's gesehen. Ich hab's beim Zoom gesehen. Gewandet? Wo? Du bist gewandet nach Security, Bro. Hab ich doch gesehen. Was willst du mich vorlabern hier? Also, Bro, der fällt mir doch nichts mehr ein. Nein, ich war's Ende, Digga. Ich hab mit Philipp gewesen. Ja, ich bin von Electrical und mit, äh... Leute, votet einfach Dave da draußen. Hast du ihn gesehen, oder was? Ja, ja, ich hab's gesehen. Ey, wartet, Jungs. Okay, Philipp, jetzt mal ganz kurz. Ich bin noch neben, ich bin noch mit dir jetzt hier gerade von Electrical unten raufgelaufen. Bro, du warst ab, du warst, äh, du hast Kill Security gemacht, bist Security gegangen, Upper Engine runtergelaufen. Ich saß, ich hab's doch gesehen. Zuerst bist du Wettbeir gelaufen, links, rechts. Enrico ist, glaub ich, der Zweite. Stani labert schon. Hä, ich war bei dir, Stani, ne? Wie sonstiges. Also, Bro, Stani, ja, äh, Kanon, was für den Forst diese Runde, Digga? Ich weiß nicht, ob du jetzt hier den König spielen willst, Bro, oder sonstiges. Aber, Bro, du laberst nur Müll. Du laberst Müll. Leute, bitte, ich bin der Käpt'n, bitte. Bro, Bro, nächste Runde, nächste Runde kommt, ich war ins Schiff die Chefs gewendet, in der Tower. Bitte, Dave da draußen, Leute, bitte, Dave da draußen. Dave, du kamst für die ganze Zeit. Philipp, sag doch mal was, Philipp. Ja, doch, das Ding ist, ich find's schade, dass Philipp mich, äh, nimmt, weißt du, so. Also, ich war bei ihm, oder er sagt, und ich bin der Nächste, das macht für mich keinen Sinn. Also, da macht die ganze Aussage wieder keinen Sinn. Und wir waren gerade alle, ey, Digga, ich hab wahrgenommen, dass du mit mir Richtung Lower Engine gegangen bist, aber ich hab dich dann nicht, ich hab nicht mehr wahrgenommen, dass du noch bei mir warst, als du mit dem Profi gelogen bist. Bro, Philipp, der war kurz zwei Sekunden bei dir und er sagt, er wählt Dave von euch, Leute. Zeilen, 10,000,000,000,000. Ey, Philipp, Philipp, Leute, das ist dumm. Das Ding ist, du hast mit Lower Engine gesehen. Ey, es ist so, ja, Leute, ungelogen. Ey, es ist traurig. Tschüss, Dave, nein. Tschüss, tschüss. Ihr lasst, ihr lasst euch so. Drei, was macht ihr? Ich bin der Captain. Die haben doch gleich gewonnen, wenn die Double Kill machen. Ein schlechter Captain, Digga, was, du laberst Müll. Oh, ey, jetzt reicht's mir, ey. Ja, Leute, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist die Scheiße richtig am Dampfen. Was machen die denn da? Ich bin der Meinung, Leute, wir müssen warten. Ja, das war klar gewesen. Jetzt machen sie Dings an, Leute. Jetzt, ich warte, bis es aus ist und dann mache ich Zoom, weil die haben noch kurz Cooldown. Ich glaube, gleich wird ein Double Kill passieren. Soll ich mich so, wie es ist hier? Dave Knight, Enrico Italia. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also, ich hab sie jetzt gesehen. Wählt Dave Knight. Cascade Philipp, bitte wählt Dave Knight. Was hast du grad gesehen, Stani? Wählt bitte, ich werd noch nicht mal weitere Äußerungen sagen als Kapitän. Sag mal bitte, sag mal bitte. Wählt bitte erstmal Dave Knight raus. Sag mal bitte, was hast du grad gesehen, Stani? Ich sag gar nicht. Hast du es gleich wie ich gesehen, Enrico? Ich hab grad gesehen, dass Dave Knight vor mir im Klinik, Mann hat. Ja, das ist entweder verdächtig jetzt das Dave Knight, aber das wäre dumm, dass Dave Knight seinen zweiten Mate ausliegt, weil ich weiß es nicht. Oder Enrico macht grad Five-Fat-Move. Dave Knight, was sagst du dazu, dass ich herausgefunden habe? Das erste Mal war geraten, jetzt habe ich Fakten auf den Tisch gelegt. Ja, 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 ja. Du und deine Fakten, du und deine Fakten. Leute, ihr habt's gesehen, ich weiß es. Das Ding ist jetzt, was ist jetzt mit Enrico, Leute? Was ist mit Enrico? Steckt der damit Dave Knight jetzt unter einer Decke, oder was? Was geht da? Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Ich glaube, ehrlich, Enrico werde ich jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, jetzt ist es auch noch dunkel hier. Super. Das ist doch scheiße, Leute. Bei Dunkelheit können wir das nämlich nicht einsetzen. Ich hoffe, die machen schnell das Licht an. Wir könnten mal gucken, wenn gleich das Licht angeht, der bei Electrical rausgeht. Oh, jetzt, jetzt, jetzt geht das Licht an. Ich habe rausgesumt, Leute, rausgesumt. Da unten, Cascade. Enrico alleine unterwegs. Enrico alleine. Cascade und Phillip hier Dream Team. Ich mache die Aufgaben weiter. Ja, ich glaube, das ist safe, Enrico. Müssen wir nicht weiter darüber reden. Die sind mit der Aufgaben fertig. Und da könnte ich jetzt hier auch noch den Emergency Call machen. Enrico wird wahrscheinlich die ganze Zeit wieder rumspinnen und wird links, rechts, darum, guck mal, was macht denn Enrico gerade hier? Ja, ja, ja. Enrico hat ihn gerade gekillt, Leute. Da liegt er, da rennt Enrico. Hier liegt er. Müssen wir nicht drüber reden. Scheiße, wir müssen ausmachen. Nicht, dass er noch gewinnt. Nicht, dass er noch gewinnt. Ich muss danach Emergency Call machen. Direkt, direkt. Oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Oh, Call, 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 Call. Boom! So was von safe, Enrico. Ja, muss ich schon mal reden. Ich habe gerade auch gesehen auf Dings. Ich hatte nur noch Emergency Call, Cooldown gehabt. Enrico, ich muss sagen, du hast dich schon mal bei Dave gut rausgerettet, dass du so die Dings, aber safe, Enrico, das war's, Leute. Ja, den Captain Standard Skill hat hier wieder analysiert, herausgefunden, wer der Böse im Stuhl ist. Das war's gewesen, Leute. Abonnieren, checkt die Leute nicht ab, die mit dabei waren. Das würde mich sehr freuen. Gucken wir jetzt nochmal hier. Ja, schade. Das ist noch nie so behandelt. Naja, egal. Ja, liken, abonnieren, Leute. Brauchen wir nicht drüber reden. Captain, bis unten. Tschüss.